ja eben hat er gesagt ach so auf jeden Fall so aus die johle wird kommt zurück Blendezeit 2 heute mal wir nicht alleine heute mit Markus ja und wir haben uns hier mal ein Hauser gezogen und gehen zu um Antwari und zeigen mal den Lappen wie das geht aber kein Prozent macht euch keine Sorgen wir fahren nicht lange Hauser also weil ich fahre der ziemlich schnell weg der höchste Töne ist und meine Stimme ist ziemlich am Arsch weil ich krank bin also auch nicht wundern Soundqualität ein bisschen kratzig ist oder wie höre ich mich an Markus eigentlich das Dich krank sehr krank oh je kriege ich eine Runde Mitleid Dankeschön vielen lieben Dank so das sind liebe Mitarbeiter ja Mitarbeiter zum Glück habe ich nicht die Hauptfeld wird drauf gemacht ne aussteigen 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 viel dabei a nöchelte der ersten mal ist ein Verbrauchstwerden Prozent wir haben die Gäser gemacht drei Kölzer aller Prozent Prozent weil ich soll noch einholen er hat sich wir haben da weggekommen ich bin einfach Prozent weggeflogen also es leichte er in Schieb ich hätte einmal ein überfahren zwei Stück erschossen h ich glaube die war ein bisschen überrascht zu glücklich ach so ein und der Kartett erwischt der Kartett ich glaube nicht die ist eigentlich gut gegen Infanterie weil die also Schrot schießt ja doch ich habe angekillt wird ne einer hab ich nicht zwei einer wie er überfahren ist schwer was ist max das war die schwere ja ja die r max genau ach fuck fuck das ist C4 hier Muni die ab oder auch nicht knapp war es wir brauchen doch noch mal wir können jetzt nicht zurück nach checkers fest und wir ziehen noch mal ein Panzer oder so etwas wo ist denn hier die Panzerstation ich hole mir ein Panzer wow fuck warum fand ich oh ein Puls komm wir holen ein Ding Sandys äh Lightning die weg wo dann kann man hier nochmal Panzer holen äh am Spawn dann kaufe ich mir doch was was habe ich mir so das Bandunterdrückung ja komm Bandunterdrückung eins kann man mal reinhauen das Leistung hochgeschwindigkeitschassis hochgeschwindigkeit oder kampf dann haben wir mal rein also was sind noch mal diese ähm panzerbrechenden ist mit diesen also in der beschreibung war letztes mal drin gestanden man sollte die bei der 1 ist immer eins mit einem kreis mit Panzer drin und eins mit eine Kugel die irgendwas durchbricht genau ich glaube die Panzerbrechende wäre besser weil einer unserer Abonnenten hat geschrieben dass man die die wo ich gekauft habe nicht die richtige geworden ich habe die mit dem Panzer gekauft die peter die pieten die peter oder die die heat habe ich muss nicht genau die autor macht doch mehr damage eigentlich er eben ja der gesagt ach so ich bin schon wieder er kommt immer die hier ist auch wegen optische zu machen noch mal einmal ein fünf fahrer nicht aber pass auf das ist ein leid nix er ist geiger ist kreiz unterwegs da ist irgendwo ist hier warum also ja ja warte ich komme ich muss mir nur kurz normal entziehen meine hat sich verabschiedet deswegen glaube ich wir müssen einmal ein bass rum auf jeden fall scheiß max alter ja die hat mich ja auch schon die hat mich auch schon gehabt deswegen die skype machen die aber auch ziemlich schnell fertig ist es kacke vor irgendwie ein bisschen kacke die haben glaube ich auch verdammte scheiße so ich bin jetzt mal in die andere richtung gefahren ja der scheiß ding ist da büschle ach nö tsch passiert jetzt komm schon ja ich komm hin noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück die halb die war nicht zu sehen deswegen wenn sie versteckt von mir Prozent alle t spüre die Hitze in der auch ja 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 ich bin doch echt irgendwas schießt jetzt jetzt zu stellen das so einander zu stellen aber ich hab'n schön damage gemacht fuck mix mix mich wo ist er wo ist er weiß nicht direkt von mir alle tot ist er tot ist er und der nächste ist auch tot alle tot ich hab' keine Muni mehr keine Sauce fuck keine Aniten mehr Alter eine Max und ein Ding geschrottet mal leichte Hut ausrüsten so müssen wir was da ist ein Sandi der will Ärger und alle Ärger Alter was da spawnt jawoll und noch ein Kill gemacht und Sandi ist down und noch ein Kill also die Waffe ist OOP es ist richtig geil weißt du was voll deutsch ist bei Missionen Kills in der leichten Angriffsanheit Kills in der leichten Angriffsanheit und solltest du schreiben Kills mit der leichten Angriffsanheit aber irgendwie so ne Max wäre wenn man drinnen und drinnen wäre also vielleicht Bullshit so wow fuck oh die haben jetzt auch nicht ja gefickt ups ah fuck you wow klar was das für eine Waffe alter Spiker mit F ich hab noch nie gesehen ey Arschgeige ich muss aufpassen wenn gleich oh da ist wieder oh wir sind das'n aaa 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 macht damage nicht zu knapp muss raus msmbevölkerung 39% mk und da kommt wieder ins Sandi schicke wirklich 39% gepitzkontrolle weil es haben wir ja das ist gar nicht so aus alter und wir haben 39 prozent dieser bürgerung 4 prozent mehr wie terana dafür so scheiße an die gar nicht so aus alter ja da kommt dann ja ich habe weggefahren wo ich meine torwände aufgestellt habe ich sage wir haben kämpfen richtig gut heute eigentlich der kraft von der flak beschossen du bist mit geschützter weil ich komme zu 4 und dann spreche ich dich in die luft